Die Bierstadt Bratislava bietet den Besuchern eine große Anzahl von Bierlokalen. Einige zeigen wir Ihnen näher. Wir befinden uns heute in Bratislava in der Einkaufsstraße, auch unter der Bezeichnung Obchodna bekannt und besuchen hier in dieser Straße auf der Hausnummer 52 den KGB Papp. Wir gehen jetzt hinein in die Unterwelt und werden in diesem Lokal in eine Zeit zurückversetzt vor 70 Jahren. Wir laden Sie ein dieses Lokal zu besuchen und die sehr guten Biere und Speisen zu genießen. In der Unterwelt angekommen befinden wir uns mitten im Herzen des KGB Papps. Fühlen Sie sich in die Zeit der Spionage und des Kalten Krieges zurückversetzt. Mit dem großen Unterschied, dass Sie heute in diesem Pub sehr gute Speisen und gepflegte Biere zu preisen wie vor 20 Jahren genießen können. Bis zum nächsten Mal! Da geht's! Im schönen Biergarten kann man während der warmen Jahreszeit die Annehmlichkeiten des KGB-Pub genießen. Besonders verlockend ein Glas mehr zu trinken sind die günstigen Bierpreise. Am besten reisen Sie mit der ÖBB nach Bratislava. Vom Hauptbahnhof Bratislava bringt Sie die Straßenbahnlinie Nr. 1 bis zur Station Visoka. Schräg gegenüber in der Obhutner Ulitzer 52 befindet sich das KGB-Pub. Äh. Diedzin. Uff! Dicios ist. Bei uns wie ein Baby kommt der KGB-Pub. inherently es in der KGB-Pub. um wie ein Baby kommt der KGB-Pub von der KGB. Und dann kommt dann bei einer KGB-Pub. Und dann kommt das KGB-Pub. Was ist denn noch so? Ents sollen die KGB-Pub.